herzlich willkommen zurück zu minecraft wie ist infinity evolved mod jetzt habe ich es so heute jetzt hier und da und sowieso und immer auch gibt es die mining folge also jetzt machen wir extrem mining ich nehme wie gesagt jetzt in einem stück auf und deswegen in den nächsten folgen vermutlich keine an und abmoderation und ja 1 wollte ich noch mal ganz kurz gucken gibt es gibt es hier sowas wie bags plastic bag das war so ein backpack hunter speck back an das weg weg was ist das hier gibt es da eine umschalttaste 27 slots ok 15 slots und die stellte man her mit strings wie viel bräuchte man dafür da war strings 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 baumwolle baumwolle hatten wir doch baumwolle hatten wir doch irgendwo hier unten angepflanzt ne in diesem gewächshaus war noch baumwolle wow schnell weg los weg mag sein doch ich bin schneller so wahrscheinlich sind wir uns mal hier drin so Ich sitze, hm. ich habe es noch etwas ab hier so oh Toll, da waren doch, gab es jetzt hier noch zwei davon, das war doch nur der eine hier Da waren doch, da waren doch auch Dings drin, oder haben die hier? Wie haben sie hier angepflanzt? Potatoes? K1 K1 K2 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 K1 K2 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier geht es doch schon mal gut los. Bisschen Eisen. Das Zeug brauchen wir nicht. Eisenbauer. Jetzt hier rüber wahrscheinlich. Das Zeug. Das Zeug. Das Zeug. Das Zeug. Das Zeug. Was ärgerlich ist. Das Zeug. 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 Nehmen wir aber auf jeden Fall mit. Das Zeug. 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 Der wird uns nicht entgehen lassen. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, laden wir gleich noch mal eine Runde Kaliston aus. So, da haben wir das hier, die brauchen wir nicht. Oh, hier ist das. Ach, hier haben wir fast da bis dazu die, stecken lassen. Da oben gibt es noch ein Eisen, das können wir natürlich auch nicht hier so in der Wand belassen. Nehmen wir alle mit. So, Silber, Blei, Silber, Blei, da kommt ein Zombie. Nehmen wir noch einer weg mit dir. Nehmen wir noch einer weg mit dir. Nehmen wir noch einer. Hier gibt es viel Lapis oder Lapis, je nachdem jemand es ausspricht. Das Zeug hier. Weiß noch nicht wo es zu ist. Gut, scheiße, egal. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Eisen und noch ein bisschen Rettes. Oh, und der ins Eisenohr. Zuck, zuck, zuck. Wollen wir mal ganz schöne Füße. Volle Konzentration hier beim Minen. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich gerade ein wenig, ein wenig wenig, ja, hört sich auch drauf an. Ein bisschen wenig spreche. Wo ist dieser verdammte Zombie? Wie? 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 4 nehmen wir mit. Let's down nehmen wir natürlich auch mit. Let's down, let's down, let's down, let's down, let's down, let's down. Oh, Gold ist gut. Hier noch mehr Gold. Wunderbar, alles mit dabei. Große Ader hier. So, wir sehen noch Silber. Die Ecke hier auch schon. Ja, ne, da oben hat sich noch ein Eisen versteckt. Mal gucken, was wir hier noch für Schätze finden. Woa. Alter. Verdammter Hund, ey. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Ich hätte mal fast den ersten Tod auf dem Konto gehabt. Konnte man hier nicht so weit sehen. Europa zockt, ist online. Joint. Was heißt das hier? Ach so, vor drei Stunden bin ich gescheint. Genau, ich hatte nach der Aufnahme mit meiner Freundin telefoniert. Und war dann in Pausenmodus sozusagen. Aber eine Stunde haben wir jetzt insgesamt gespielt. Aber ich meine, da gab es noch andere Infos. Ja, aha. Schade, ne, sieht man jetzt nicht. Ist doch egal. Sollte jetzt auch nicht das Thema sein. Jetzt gucke ich dann nachher mal nach. Hier, guck mal hier. Kann man verzaubern. Na, mein Freund. Warum machst du denn die Fackel kaputt? Ach hier. Gibt es hier auch ein nettes Lied. Von einem bekannten YouTuber. Ist ein bisschen größer als ich. Aber sowas will ich gar nicht werden. Das ist auch nur Stress. Dafür, dafür gibt es andere. So, noch mehr. So, Level 15 sind wir schon. Die Hacke ist auch gleich im Dutten. Oh, hier gibt es aber nicht. Hier gibt es nette Kohle. Und irgendein anderes Zeug, wenn ich das gerade nicht gesehen habe. Wir müssen uns gleich mal kurz irgendwo einbauen. Oh, Fackeln. Ich hätte mehr Fackeln mitnehmen sollen. Na, das war's. Das geht natürlich deutlich angenehmer. Da brauchen wir keine Eisenhacke mehr. Hier ist die Narkose versteckt. Gut. Das haben wir alles. Da hinten waren wir schon. War's das jetzt auch schon? Okay. Haben wir das auch? Ich glaube von hier bin ich gekommen. Eventuell. Nein. Ich bin von irgendwo hier unten gekommen. Von da nicht. Das war jetzt nicht weiter. Sind wir auch in diesem Fall gekommen. Da ist nichts mehr. Zumindest nichts mehr. Ups. Na. duh In 4 In 4 In 4 Untertitelung des ZDF, 2020